Ah, da unten war noch ein bisschen... Nochmal rühren. Ich glaube, der ist nicht mehr gut. Ich glaube, Schloß-Nudelsalat... Mmh. Uh. Ja. Call me, Mama. Hallo. Guck mal, ich nehm das mit. Supercard heißt die Coup-Karte, bitte. Supercard. Ah! Okay, es ist Leatherface im Keller, oder? Oh mein Gott. Hab ich mich erschrocken. Ich wollte hier schön die Kiste aufmachen im Keller. 1A machst du das. Jola, Jola, Jola! Nein, da guck mich an. Wo ist er denn? Das passt. Miese Kröte. Nein, Mann! Verstehe das Problem nicht. Hilfe! Der ist absolut missverstanden. Hilfe! Er kommt zu euch, Vorsicht. Lauf, Jola. Du kleine, miese Kackratze. Sie kommt zu uns, wir rennen... Scheiße! Ähm... Hallo, Ii! Boah, ich sterbe! Guck mal, wie hat mich geoffertet! War gefährlich, war das jetzt an der Stelle. Direkt verkauft. Da war, da war ich zu sehen, war da die... Escaping... Er hat richtig verkauft. Ich hole ihn und rette ihn und er verkauft mich. Was soll ich denn tun? Alles gut, alles gut. Alles gut. Alles gut. Aber wir kriegen doch eigentlich wirklich... Also wir sind da in drei unterschiedlichen Gems. Der eine ist fertig jetzt. Der ist jetzt hier wieder raus. Er gehts hier wieder rein. Kommt zurück. Nicht in die Schränke gucken, nicht in die Schränke gucken, nicht in die Schränke gucken, nicht in die Schränke gucken. Fuck, 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 er guckt in die Schränke! Nicht in meinen! Einfache Mathematik. 4 plus 1 sind 5. Dann trinke ich lieber Kinderpunsch oder so. Kinderpunsch ist aber auch geil, muss man einfach mal sagen. N shapedina. Und dann heißt er Hugo oder so. Es ist ein Schwein. Epische Musik bitte hier einfügen. Ja, ist noch blau. Ist noch blau. Das ist wichtig. Oh, der blaue Helm ist weg. Du bist jetzt nicht das Kapuzenwurm ohne Kapuzen. Du hast schon verloren. Das ist ja selber gezeichnet. Kannst du das jetzt als neues Logo nehmen? Wir müssen jetzt das Glas folgen und dann irgendwie... Entschuldigung. Warte, ich wisch das mal kurz mit. Ja, bitte. Okay, wir brauchen ein Krankenhaus. Ich brauche Medikamente. Medichok, danke für 26 lange Monate. Vielen, vielen lieben Dank für dein Reset. Dankeschön. Dankeschön. Ach Gott. Ey, was ist denn da los? Es tut mir so wahnsinnig leid. Ich drücke die... Ich kraule die Katze. Ich starte mal kurz... Jetzt ist es mir peinlich. Beruhig dich peinlich. Entschuldig bitte. Ich starte mal ganz kurz TeamSpeak neu, ja? Alles gut. Deine Mutter arbeitet bei der Losbude als Nietzsche. Wow. Hat er was geschrieben? Können wir mal bitte aufhören, über Rocks Mama zu reden? Oh 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 oh. Ne, er schreibt nix. Ok. Dann gehe ich raus. Jule. Blickung. Er ist Rockhört. Das macht er eh nicht, er ist nicht hier. Holter wieder. Deine Mutter arbeitet auf dem Fischkutter als Geruch. Wow. Der ist aber auch richtig miese fies. I like it. Ich finde ihn großartig. So nämlich, deine Mama macht Kartoffelsalat mit Mayo. Das ist witzig jetzt, wenn der kein Deutsch spricht, dass der jetzt erstmal googelt, was heißt, deine Mama macht Kartoffelsalat mit Mayo. Und dann denkt er sich, der Google Translator muss kaputt sein. Wir haben zum Beispiel Daniel Brühl ist gut. Til Schweiger finde ich richtig grottig. Nora Tschirna. Daniel Brühl ist halt wirklich nice. Ich kann euch eine deutsche Serie sehr empfehlen. Jetzt bin ich gespannt. Sag nicht Dark. Nein. Hey, die Super- Was? Dark ist geil. Entschuldigung. Chaos hat, Chaos, Chaos hat Volker in Pool geschmissen. Sorry. Was? Chaos hat, ich wollte ihn aber auch reisen. Ja, ja, Volker kann aber auch bezeugen, dass ich, ja, weil ich noch um die Ecke war. Nein, Volker kann auch bezeugen, dass ich an den Rettungsring gegangen bin. Oh, du kleine Kacknase. Ich brauch diese scheiß Quest halt noch. Ich hab kein Feuerlöscht, aber es war witzig. Arsch, du brauchst das Koch ist. Ja, komm, ich hab'n Scanner an. Ja, du brauchst. Die Kröte, ey. Jetzt bin ich so'n Schraubslaug an. Ich rieche, oh Gott, da du tötet mich, da du tötet mich. Hilfe! Seht ihr das aus, eurem Sohn? Ne, du bist zu klein, weil der auf dem Boden steht richtig. Das gibt's nicht. Ich, du Mare. Hilfst du noch? Geräusche? Ja, ich sehe noch. Hallo? Egal. Ah, hallo. Daun tötet die Robbe! Er hat die Robbe umgebracht! Mua! Haben die das gesehen? Uuh! Ihr merkt schon, es ist langsam Fütterungszeit, alle drehen durch, Muffin hat ihren Quietsche-Hasen. Katzenhaare am Essen Schnurrst du? Ja Kann man das hören? Wahrscheinlich nicht Na mein Liebling Na mein Liebling Merry 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 Christmas Merry Christmas Der macht Gornings Au 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 Und bei demjenigen der singt Der kann am schlechtesten singen Dann tötet der mich auf jeden Fall Wir könnten hier einen Kanon singen Guckt euch das an ihr Lieben Zack Hatte ich ein Messer im Auge Stuhlgang Haltung Ja Ja Okay Verarsch mich halt Episch gut oder episch schlecht Episch gut Bin gespannt Was hast du da auf deinem Grillzeller Zufällig Der grillten grünen Lachs Grüner Lachs Der grillten grünen Spargel Grüner Lachs wäre wahrscheinlich tödlich Das ganze ordentlich durchmassieren Genau Also das dauert jetzt Das sollte man schon so 2-3 Minuten Bis man das Gefühl hat Der Teig ist richtig eine schöne homogene Masse Im Moment ist dann noch viel An Mehlflöckchen und so Da darf man nicht zu viel aufgeben Auch wenn es anstrengend wird Muss man gucken Dass man das Mehl überall Ich habe noch viel Mehl am Boden Das irgendwie mit reindrückt Und wenn alles Mehl vom Boden weg ist Und jetzt stehen wir hier 3 Minuten Und die Hände werden wehtun Geht die Luke auf Wenn man eine Tür aufmacht Geh mal da unter den Haken Dann kann ich dich abhängen Ich sterbe Ich bin doch schon Ja, aber du kannst doch nochmal Nein, hieß es einmal Das stimmt Danach kannst du mich abhängen Ja, wie er gewartet hat Ob ich ein Nicke Wenn ich dich jetzt nicht abhänge Hast du Pesch Die Katze von ich nicht Achso Hast du auch noch Katzen? Vier Und kein Mikrofon gerade mehr Ich habe drei Aber ich habe auch noch einen Hund dazu Ich habe auch einen Hund Mist Ich habe noch zwei Drei Schlange Zählst du dich selber mit? Ich habe gewonnen Mist, sie hat vier Katzen Viel Und ich dachte schon Ich habe viel Ich lauf hin Das ist richtig saufmäßig Geil Jetzt stellt euch mal vor Ihr seid Dreckiges, mistiges Mistschwein Ja, Mavs dazu gehört Oh ja Oh nein Scheiße Ich dachte, ich kann das noch ein, zwei Mal machen Ist sie bei dir? Ja, 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 ja Sie hat mich Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017